Fitnessstudio eins, die zweite. So jetzt machen wir hier mal weiter mit dem wahrscheinlich kleinste Fitnessstudio der Welt. So ist falsch, so ist falsch, so ist richtig. So ist die erste. Das sind die Momente, wo mir beim Weltkampf schon sehr gut gefallen. Kurz vor Feierabend war ja noch kein Klatsch. War ja nur so die erste Alphabie. Ja, ich. Und eins, zwei, drei. Eins. Ich versauber, ich bin da vor.